Ja, hier ist Vorderziege. Wir sind ja nicht beim Du, ne? Aha, ok. Vorderziege. Ok. Ok, wir reden nicht beim Du. Wer ist denn da überhaupt? Also, da ist Frank Wels am Apparat. Ja, und wie ist der richtige Name? Frank Wels. Ne, ne, man hört doch, man hört doch, dass du kein Frank bist. Frank Wels. Frank Wels. Frank Wels. So was verstehen Sie? Gesundheit. Gesundheit. Wie Gesundheit? Was heißt das? Ne, Sie haben doch gerade genießt, oder nicht? Ich habe genießt. Oder war das Ihr Name? Das bin mir gerade nicht so sicher. Ja. Also, Frank Wels. So habe ich meinen richtigen Namen gesagt. Gesundheit. Ich hoffe, Sie werden bald wieder fit. Ok, danke schön. Ok, hoffentlich Sie auch. Ja, mir geht es wunderbar. Ja. Also, es hört sich, dass Sie ein bisschen krank sind. Warum? Ja. Weil ich Ihnen den Schwachsinnig abkaufe. Was kaufen Sie? Meerschweinchen. Also, ja, habe ich bar. Also, möchten Sie die kaufen? Ja, unbedingt sogar. Deswegen habe ich ja angerufen. Mhm. Haben Sie nicht. Habe ich Ihnen angerufen. Ja, wie viel kostet? Was kostet wie viel? Mehr Schweinchen. Drei Millionen Euro. Meine Güte, seid ihr alle bescheuert in der Murmel. Ich weiß, das wird jetzt so meine Standardfrage, aber wo zum Teufel finden die immer solche Idioten? Gibt das irgend so eine Callcenter-Vermittlungsbörse, wo dann das Einstiegskriterium IQ unter 25 ist? Oder wie schafft ihr das alle da? Erzähl mir das mal. Knallidioten. Aber wieso beleidigen Sie mich? Ich habe Ihnen gar nicht beleidigt. Nee, einer muss ja den Anfang machen. Wieso beleidigen Sie mich? Na, weil du es verdient hast. Du bist ein scheiß Telefonbetrüger. Wie bin ich Telefonbetrüger? Also, woher solltest du das wissen? Naja, jeder, der diese Nummer anruft, ist ein Betrüger. Und mit den ganz Blöden ist mir das zu doof, mich da eine Stunde zu unterhalten. Sonst verarsche ich euch ja gerne mal, aber ihr merkt ja alle nichts mehr. Ich habe mir da auch so eine neue Taktik überlegt, weil ihr bleibt ja ewig am Telefon, ihr Typen. Ich mache dann einfach zwischendurch... Okay, Sie sind ein Bescheuerter dann, ja? Ich bin ein Hühnchen. Ja, okay. Und Sie? Okay, Sie sind ein Hühnchen, ein Hund, eine kleine Katze. Ich bin auch eine Katze, wenn Sie das wollen. Können Sie mich mal auf Lautsprecher stellen? Nein. Warum nicht? Können Sie mal die schreckliche Musik ausmachen? Warum läuft in diesen ganzen dreckigen Callcentern eigentlich immer so schleckere Musik? Haben Sie überhaupt GEMA-Gebühren bezahlt? Ja, auf jeden Fall. Nein, glaube ich ja nicht. Was haben Sie für ein IQ? Also, das kann keiner wissen. Ja, das stimmt. Dann wird das Gerät kaputt gehen, wenn man versucht, das bei Ihnen zu messen. Okay, okay. Alles gut. Sie sind ganz schlau. Der schlaueste Mensch der Welt. Also, schlauer als jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt. Naja, zumindest bin ich schlauer als jeder, der in eurem bescheuerten Callcenter arbeitet. Ja, okay, okay. Und Sie sind ein 98er-Jähriger. Nee, 81 bin ich. 81, okay. Der nicht in seinen Füßen bleiben kann. Und ja, also das ist eigentlich ein bisschen schlimm, ja? Der nicht in seinen Füßen bleiben kann? Können Sie das nochmal auf Deutsch sagen? Nein, will ich nicht. Also, Deutsch ist scheiße. Ja, warum rufst du dann hier an, du Idiot? Ja, also mir gefällt also, die Deutschen zu verarschen. Ja, das merke ich ja. Wo kommen Sie denn her? Also, brauchen Sie das nicht zu wissen. Ja, welche Sprache sprechen Sie? Also, was wollen Sie? Was für eine Sprache wollen Sie, dass ich Ihnen spreche? Na, Ihre Muttersprache, weil Sie sind ja offensichtlich kein Deutscher. Ja, also ich bin Russer. Russe? Nee, Sie hören sich nicht an wie ein Russe. Okay, also braucht man sich nicht zu hören, also damit man sein kann, ja? Ha, was bitte? Also braucht man sich nicht zu hören. Ja, doch, da hat man keine Ohren. Voll Idiot. Na. Wie viele Leute hast du heute schon verarscht? Also, Deutsche, also viele. Ja, wie viele denn? Sind die alle so dumm, auf den Scheißdreck da reinzufallen? Nee, 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 also die sind nicht reingefallen. Ich hab die einfach nur verarscht, ja? Also, ich mach keinen reingefallen. Möchtest du jemanden grüßen? Ja, also die Deutschen, ja, also die Deutschen sind einfach so dumm, deswegen, also gefällt mir die viel zu verarschen, ja? Du bist ein ganz schlimmer Rassist bist du, mein Freund. Ja, also ich bin rassistisch, ja. Das merk ich so. Und ihr Deutschen seid alle Rassisten. Nee, überhaupt nicht. Ihr Deutschen seid alle verdammte, dreckige Rassisten. Ja, was willst du dann in unserem Land, sag mal? Also, was, ja, das was ich will. Ja, was willst du? Arbeiten, verdienen, weil, weil in meinem Land das so gar nicht gibt. Ja, du hörst dich, du bist kein Russe, das kannst du mir nicht erzählen, dass du ein Russe bist, Ibn Sharmuta. Was bin ich? Du bist kein Russe. Und was war das letzte Wort? Ibn Sharmuta. Sharmuta, okay. Ich bin Sharmuta. Ja, du bist Sharmuta. Ja, guck mal, das verstehst du dann plötzlich, ne? Ne, also versteh ich nicht. Ja, das merk, dass du nichts verstehst, kann ich gut merken. Was hast du für ein IQ? Ich weiß, ich hab das schon mal gefragt, aber du hast ja ein Erinnerungsvermögen der Weinbergsnecke. Also, IQ 14. Ja, das könnte gut hinkommen, das würde ich sogar unterschreiben bei dir. Ja, okay. Tut das weh, so dumm zu sein? Oder gibt es da Medikamente gegen die Schmerzen? Also, ich bin kein dumm erstmal, okay? Na, da zieh mich. Jeder, der diese Arbeit macht, ist dumm. Ach so, okay. Okay, und jeder, der also Ihnen und viele andere Leute verarscht, der ist dumm, ja? Also, ich hab, äh... Also, es gucken jetzt ja gerade 1200 Leute live zu. Die finden alle, dass sie dumm sind. Hm, wo sind diese 1200 Leute live? Nein, wir sind, wir sind gerade live auf YouTube. Möchtest du deine Mutter grüßen? Ist sie stolz auf dich, dass du sowas machst? Hm, nein. Ja, dann schäm dich mal. Such dir anständige Arbeit. Okay, und wie heißt das Kanal auf YouTube? Das ist der Hühnerkanal. Hühnerkanal? Ja. Okay. Alles gut. Und wir verarschen halt so Telefonbetrüger, wie du das bist. Hm, alles gut. Ja, finde ich auch. Und kann ich nochmal mit einem anderen Idioten da sprechen? Weil mit dir wird das langsam langweilig. Gib mir mal irgendeinen anderen Idioten. Da gibt's ja genug bei euch, glaube ich. Da ist Lilly Henke. Ich verstehe nix. Kannst du mal richtig Deutsch sprechen? Laut reden? Ich nicht verstehe. Hören Sie mich? Hallo? Wer ist da? Da ist Lilly Henke. Ich bin ihr persönliche Finanzmanagerin bei einer Bitcoin-Trading-Plattform. Verstehen Sie mich? Ja. Wer ist da? Ich hab's doch gerade gesagt. Mein Name ist Lilly Henke. Ich bin ihr persönliche Finanzmanagerin bei einer Bitcoin-Trading-Plattform. Ja, bei welcher denn? Bei ITM-Holdings. Da haben sie sich angemeldet. Ja. Aber ich hab sie für lange Zeit nicht gesehen online. Und meine Frage ist, warum? Corona gehabt, ja. Echt? Mhm. Und haben Sie das gut erlebt? Ja, war ein toller Erlebnis. Okay, nee. Ich hab auch Corona gehabt. Ich verstehe, dass es nicht toll ist. War gut? Nein. Wir waren dran, Fragen. Also, ich wollte sagen, ähm, ja. Haben Sie noch Interesse an Trading? Ja, sehr viel. Sehr viel. Und haben Sie vielleicht von mir früher E-Mails gekriegt über... Weiß ich doch nicht mehr. Woher soll ich das wissen? Wissen Sie noch nicht. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, wer... Nein. Wer weiß, also... Der ganze Gedecknis kaputt. Äh, ich kann Ihnen noch was erzählen, also... Ja, gute Nachtgeschichte wäre gut. Hallo? Ich erzähle aber keine gute Nachtgeschichte. Oh, warum denn? Ja, weil ich keine kenne. Oh. Das ist mir leid. Das ist sehr traurig. Aber wie kann ich bei Sie Geld verdienen? Entschuldigung, man hört sich schlecht. Wie kann man bei Ihnen Geld verdienen? Fragezeichen, Punkt. Ausrufezeichen. Okay, jetzt erzähle ich das gleich. Also, Sie haben das wahrscheinlich bei der Werbung schon gesehen, weil ich glaube, Sie haben sich auch wegen der Werbung angemeldet. Und, äh, unsere Plattform, also wir haben da einen automatischen Roboter. Roboter? Ja, das ist eigentlich kein Roboter. Das ist eher so ein künstlicher Intelligenz, der der Markt analysiert und... Ist das wie bei Matrix? Wie bei Matrix, würde ich schon sagen, fast, hätte ich gesagt. Das ist mehr vorgeschritten, hätte ich gesagt. Fortgeschrittener als bei Matrix? Das ist sehr gut. Ja, also, wir sind jetzt in 2021 und nicht in 90er Jahren. Also, ihr habt schon eine ganze Matrix und eine Alternative Reality gebaut? Das ist sehr gut. Ohne Alternative Reality, davon können Sie auch vielleicht von Ihren Bekannten erfahren, das ist keine Alternative Reality, das ist verdienen. Das was? Das ist normales Geld verdienen. Mehr Schweinchen? Nein. Äh, Entschuldigung, wollen Sie mich einfach verarschen oder... Warum? Ich verstehe das. Weil Sie so, halt, so lustig antworten. Ja, Sie komische Sachen sagen. Ich frage es wie bei Matrix und Sie sagen, das geht besser. Aber Matrix ist ein Fantasy-Film. Ja, weil wenn... Nee, wenn Sie mich lustig... Wenn Sie mir lustig antworten, antworte ich auch lustig. Ja, dann ist doch gut. Ein bisschen Spaß ist doch gut. Das Leben scheißen sei schwierig und dann kann man ein bisschen Spaß haben. Ja, okay. Also, aber jetzt mal ernsthaft. Unser System, das ist ja so ein künstlicher Intelligenz und das kann automatisch handeln. Und natürlich gibt es bei uns auch eine Möglichkeit mit Broker zu handeln. Wir haben auch verschiedene Nachfolger... Mit einem Broker, das ist so ein Finanzprofi, der sich im Finanzmarkt auskennt. Warst du Banking? Ja, das ist Trading und kein Banking. Ja, ja, aber so wie ein Bankmensch machen, ja? Das sind keine Bankmenschen. Es sind Börsemenschen. Ja. 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 Und natürlich, es gibt auch noch dritte Möglichkeit. Sie können das alleine probieren, wenn Sie denken, dass Sie ein Profis sind. Nein. Wenn Sie sich mit Börse auskennen und so. Kennen Sie sich... Hatten Sie eigentlich irgendwann Erfahrung gehabt in der Aktienbereich? Nein. Noch nie? Nein. Wissen Sie was von Bitcoins? Ja. Ja. Bei, ähm, wie sagen wir, bei Twitter immer lesen. Bei wo? Twitter. Ach so, bei Twitter. Haben Sie vielleicht von... Die Tweets von Elon Musk auch gelesen? Ja, der sagt immer Dogecoin sehr gut. Ja, Bitcoin ist sehr gut und in Bitcoin hat er auch fast 2 Milliarden Dollar investiert in letzter Zeit. Oh, so viel Geld würde ich auch gerne haben. Vielleicht kriegen Sie das auch, wenn Sie jetzt mit Trading anfangen. Ah, sehr gut. Ja, sehr gut. Das würde ich auch sagen. Also, ähm, sind Sie eigentlich gerade am Computer? Haben Sie eigentlich Zugang? Äh, ne, Computer ist bei Wandschimmungen drinnen. Weil, ich frage das, weil ich jetzt an Ihnen eine E-Mail schreibe. Schicken würde mit Links und Infos zu unserer Plattform und wie Sie sich da anmelden können. Und wie Sie da starten können. Okay. Äh, wollen Sie auf der Linie bleiben? Was für eine Linie? Telefonlinie. Weiß ich nicht, was Sie meinen. Also, wollen Sie jetzt mit mir noch hierbleiben, während ich jetzt Ihnen eine E-Mail schreibe? Ja. Gut, besser, oder? Welches E-Mail-Adress von meiner Sie haben? Äh, also, ich werde buchstabieren. V-O-R-W-E-R-C-I-E-G-V-O-R-T-I-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-G-E-M-E-L-M-E-L-P-K-K-O-M. Ah, wollen Sie overall Menschen klatschen? Menschen klatschen, weil eine Kollege von mir Geburtstag hat. Oh, dann kann ich denen auch gute Geburtstag sagen, bitte? Ja, natürlich. Äh, ich werde das überweisen. Also. Was soll überweisen? Ja, soll ich Sie meine Kontonummer geben? Nein. Nein, jetzt nicht. Aber vor der Ziege ist nicht mein Name. Das ist hier meine Kollege. Soll ich Sie, alle Kollegen, geben? Nee, also, ich glaube, ihr Name ist ja Hody Magfagwines. Ja. Ja. Aber vielleicht haben Sie die E-Mail-Adresse von Ihrem Kollegen eingegeben. Ja, ja. Das E-Mail-Adresse von dem Kollegen. Ja, jetzt können Sie mir Ihre echte E-Mail-Adresse sagen. Ja. Machen Sie es? Ja, froschteichhamburg.gmail.com Moment. Warum so laute Musik? Weil wir halt gerne Musik hören beim Arbeiten. Ja, aber das nickt nett für die Kunden. Das nickt nett für die Kunden. Ich kann das aber leider nicht leiser machen. Nicht leiser machen, ausmachen. Das ist sehr störend. Warten Sie. Kann ich nochmal nachfragen? Ihre E-Mail-Adresse lautet Froschteichhamburg. Nee, nicht Teich. Teich, wie da, wo die Frösche drin sitzen. Okay. Hamburg. Adge-E-Mail.com Adge-E-Mail.com Okay. Ich sende an Ihnen eine E-Mail und rufe Sie in fünf Minuten wieder an. Aber ich muss jetzt zur Arbeit. Können wir heute Abend machen? Heute Abend um wie viel Uhr? 21 Uhr. Ich kann Sie morgen nochmal anrufen, wenn es geht. Ja, wann? Weil um einen Tag schon werde ich schlafen. Ja, schon schlafen. Bei so früh. Ja. Bei so früh. Wann, wann morgen arbeiten? Sage mir. Äh, also ich arbeite morgen auch fast jeden Tag. Wann sind Sie zu Hause? Morgen auch fast jeden Tag? Wie viele Uhr bei Arbeit kommen? Fast den ganzen Tag. Nicht jeden Tag. Hat er aber gesagt. Wann kommst du bei Arbeit morgen? Äh, ich bin um neun Uhr schon da. Ja? Soll ich mir morgen bei neun Uhr machen? Ja, kann ich machen. Alle gut, dann morgen, ja? Ja, dankeschön. Gut bist du, Dani, liebe dir. Tschüss. Tschüss. Na, das kann ja was werden. Theresia? Grüße Sie, Herr Rentier. Stephanie Huffmann mein Name. Ich rufe Sie an von Interactive Trading. Stephanie Huffmann? Huffmann. Machst du aus Sacki Sacki 5 Dollar? Nein, Sie haben sich bei uns registriert, um Bitcoin zu handeln. Richtig? Ach so, ja. Entschuldigung, da habe ich falsch verstanden. Und ich bin hier zuständig für Sie. Ich werde Ihnen helfen mit der Aktivierung. Ist das in Ordnung für Sie? Ja klar, aktiviere mich. Aktimail aktiviert Abwehrkräfte. Super. Okay, haben Sie Kreditkarte oder Online Banking? Das ist mein Name. Was habe ich? Haben Sie Kreditkarte oder Online Banking? Willst du mir nicht erst mal erzählen, was deine Firma überhaupt macht? Du willst gleich Geld von mir haben. Nein, ich dachte, Sie haben schon Erfahrung. Haben Sie übrigens Erfahrung? Nein, ich bin Jungfrau. Okay, alles klar. Dann bin ich hier für Sie. Stellen Sie gerne Fragen. Also, erkläre ich Ihnen, wie bei uns ist es? Also, nachdem Ihr Konto aktiv ist, dann bekommen Sie von uns einen Finanziellberater, der mit Ihnen zusammen beschäftigt um das Trading. Also, Sie werden Unterstützung bekommen. Von wem? Von Staatsschutz? Nein, von unserer Finanzberater. Und was machen die? Die helfen mir, Geld zu verdienen. Ja. Wie machen die das? Sie werden einen Hard-Up hochladen und werden Sie sehen, wie die Börse ist. Jetzt ist es ein richtiger Zeitpunkt, weil... Die werden sehen, wer böse ist. Und das geben die dann an Batman weiter, oder was? Wie die Börse ist. Also, ähm... Sind Sie ernst jetzt, oder... Ja, natürlich, aber du redest komische Sachen. Okay, Sie werden sehen, wie die Börse ist. Verstehen Sie, was ich meine? Nein, überhaupt nicht. Du sagst, wer ist böse. Wer ist denn böse? Ich habe böse gesagt. Was hast du gesagt? Okay. Lassen Sie jetzt so wie es. Sagen Sie mir, ob Sie meine Hilfe benötigen... Ja, klar, ich kriege das nicht hin. Oder nicht, weil ich habe auch Kunden, die... Ich habe Kunden, die mich brauchen. Ja, ich brauche dich auch. Ich brauche Hilfe. Ich will Geld verdienen. Okay, gut. Also, sind Sie noch auf unserer Plattform? Auf Trading? Nee, ich habe Computer eben ausgemacht wieder. Soll ich wieder anmachen, Computer? Okay. Ja. Ja, dauert einen kleinen Moment. Und wie viel Geld kann man bei euch verdienen, sagt mir? Sie können Ihre Konto mit 200 mindestens aktivieren und das Betrag gehört Ihnen. Also, mit diesem Kapital werden Sie anfangen. Das war nicht meine Frage. Ich habe gefragt, wie viel Geld kann ich verdienen? Ich spreche doch klares Deutsch oder nicht? Ja, aber das kann ich Ihnen nicht sagen, weil Sie bekommen einen Finanzberater, der mit Ihnen zusammen beschäftigt, um das Trading. Weil es kommt darauf an, wie viel Sie pro Tag risikieren, wie viel Sie zum einen Position investieren möchten und so weiter. Und das können Sie mit mir nicht machen, weil ich bin hier zuständig nur für die Aktivierung. Nach dem Aktivierung, wie gesagt, bekommen Sie Unterstützung, shit for shit. Ah, verstehe. Okay. Was ist das für geile Musik? Singen mit mir. Sticks and stones can break my bones, but scammers won't hurt me. Wie alt sind Sie, Herr Renn, jetzt? Ich bin 29. Okay. Dann ist das dann vollständig. Okay, gut. So, ständig? Haben Sie Kreditkarte oder Online-Banking? Ja. Was haben Sie? Ja, habe ich doch gesagt. Online-Banking oder Kreditkarte war meine Frage. Ja, habe ich. Meine Güte. Ich habe es gefragt, haben Sie Kreditkarte oder Online-Banking? Und Sie haben gesagt, ja. Ja, habe ich. Habe ich doch, beides. Ach so. So. Okay, gut. Also, ich werde Ihnen ein E-Mail senden. Was ist los? Hast du einen schlechten Tag heute? Kann sein, ja. Warum? Wer hat dich geschlagen? Ich bin immer nett, aber. So, ich finde Ihnen jetzt die Überweisungdaten. Könnten Sie das von Ihrem Online-Banking machen? Ja, klar, klar. Ich schicke immer einfach Geld, wenn Leute mir E-Mails schreiben. Okay, bleiben Sie dran. Oder haben Sie ein Mastercard? Können Sie direkt auf den Plattformen einzahlen? Ich habe auch Mastercard, du gieriges Stück. Was willst du noch haben? Sozialversicherungsnummer, die Anzahl der Toilettenpapierrollen auf meinem Nachttisch und welche Seite nicht an? Bitte, 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 bitte. Sei es so nett. Nett, okay? Ich bin immer nett. Sei es so nett. Ich habe nur ein bisschen Spaß mit dir. Du bist ein nettes Mädchen. Okay, alles klar, Herr Rodolf. Also, müssen Sie, dass wir auf der Plattform das versuchen oder könnten Sie eine Online-Überweisung ausfüllen jetzt? Willst du mir nicht erst mal erzählen, wie ich jetzt überhaupt bei euch Geld verdienen kann? Du willst nur Geld von mir haben, immer. Ich möchte doch das stellen. Nein, ich bin hier zuständig nur für die Aktivierung. Ich habe Ihnen erklärt, wie das weiterläuft. Also, wenn Sie mir, also, wenn Sie... Ich möchte Doggecoin kaufen. Ja, Sie können jetzt, also, nachdem Sie Ihr Konto aktiv haben, bekommen Sie gleich einen Berater, die mit ihm zusammen beschäftigt um das Trading und werden Sie das zusammen machen. Sie werden einen Abend hochladen und Sie werden verstehen erst mal, wie das alles läuft. Und nachdem Sie sich bereit fühlen, können Sie direkt anfangen, Positionen eröffnen und werden Sie sehen, wie man Geld verdienen kann. Das ist super. Aber wie viel Geld kann ich verdienen? Wie viel Prozent? Es ist nicht um Prozent, es geht um das Geld. Also, wenn Sie zum Beispiel ein Positionen mit 50 Euro eröffnen, dann können Sie Ihr Geld gedoppelt haben, wenn Sie gut spekuliert haben. Und nachdem Sie etwas anfangen, haben Sie Informationen, Bescheid, was das für ein Steigen ist, was runter geht und so weiter. Damit Sie verstehen, an was Sie spekulieren sollten. Ja. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich habe davon keine Erfahrung. Ich bin hier zuständig nur für die Markkivierung. Und wie gesagt, nachdem Sie aktiv sind, werde ich Sie sofort... Gib mir, Chef. Nachdem Sie aktiv sind, werde ich Sie sofort weiter. Gib mir, Herr Präsident. Weiter. Gib mir, Herr Präsident. Schauen Sie in Ihren Posteingang, bitte. Gib mir mal deinen Chef, wenn du mir nichts erzählen kannst. Brauche ich mit dir ja auch nicht reden, auch wenn du nett bist. Hast du nicht verstanden, was ich dir gesagt habe? Ich bin hier zuständig nur für die Markkivierung. Ja, aber darum gib mir doch deinen Chef, wenn du mir nichts erklären kannst, Suchka. Ich ist Chef. Dein Chef, Manager. Du brauchst dein Konto aktivieren, damit du Geld verdienen kannst. Ja, aber du kannst mir ja nicht sagen, wie ich Geld verdienen kann. Ich verschenke doch nicht mein Geld in alle Welt. Habe ich ihn doch. Habe ich ihn doch. Sie spekulieren nach Bitcoin oder Kryptowährung. Wenn du mir jetzt nicht dein Chef gibst, singe ich das Lied von Pokémon. Bitte stellen Sie doch mal. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Ganz allein fange ich sie mir, die ganze Scammaschar. Pokémon. So, jetzt gib mir deinen Chefs und singe ich weiter. Ich bin lustig, Junge, oder? Okay. So, gib mir deine Kreditkarte. Ich überweisung machen. Habe ich ihn, ein E-Mail. Schauen Sie in den Posteingang, bitte. Ja, ich gucke, einen Moment bitte. Wieso, mein Kumpel liegt vor Lachen am Boden. Der muss eben nachschauen. Okay. Klar. Ich habe noch kein E-Mail bekommen. Kannst du noch mal schicken? Ja, bestimmt. Schauen Sie in Spam-Mail-Filter. Vielleicht. Was soll ich machen? Sperma-Filter? Spam-Mail. Schauen Sie in Spam. In Junk. Junk. Ja, den produzierst du am laufenden Band. Ja. Finde ich klasse. Ich finde das so freundlich von dir. Habe ich ihn angekürzt? Aber kannst du die mal wegdrücken? Bei mir kommt ein vielleicht richtiger Anruf. Ich leck mal auf bei dir. Ach, scheiße. Hat wieder aufgeleckt. Habe ich auch noch nicht. Schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Klabautermann. Ja, ich hieße Klabautermann. Wer ist da? Also, Klaus Logbert lautet mein Name. Wie? Ich fände mich an von... Klaus Logbert ist mein Name. Wie schreibt man das? Ich melde mich von Goldbach. Okay. Und ich melde mich von Goldbach Invest. Von was? Also, ich habe... Donald Duck? Von Goldbach Invest. Goldbach Invest. Sören Sie mich? Ja, klar. Okay, perfekt. Also, es geht über Onlinehandel oder Online Trading. So, erst mal. Wissen Sie, was Onlinehandel ist? Ein bisschen. Der Grund dieses... Ein bisschen. Okay, perfekt. So, meine Frage ist, lieber Herr. Haben Sie schon mal Erfahrung damit gehabt, oder? Nein. Okay, so das bedeutet, Sie wissen nicht, wie es funktioniert, oder Sie wissen nicht, wie kann man Handel zu machen. Nein, ich weiß nicht. Sie weiß nicht. Okay, ich erkläre Ihnen und ich werde Ihnen sagen, was meine Firma für Sie zu bitten hat. Okay? Krass. Ja, erzähl mal. Okay, perfekt. So, Onlinehandel oder Online Trading ist eine Arbeit, das hat zu tun mit Online Börsen. So, ich gebe Ihnen die einfachsten Beispiele. Wir kaufen billig und wir verkaufen teuer. Aber wo kann man sowas billig kaufen? Das ist doch immer der gleiche Preis. Aktien oder Kryptowährungen. Hmm, okay. So, das bedeutet, wir eröffnen tägliche Operationen, zum Beispiel in... Operationen? Das ist gut, mein Kniegelenk ist kaputt. Nochmal, bitte? Mein Kniegelenk ist kaputt. Lassen Sie mich etwas erklären bis am Ende, weil ich bin noch nicht fertig, lieber. So, wie ich Ihnen gesagt habe, wir kaufen und verkaufen. So, das bedeutet, wir öffnen Operationen, wie zum Beispiel im Tesla oder im Amazon. Wir öffnen, äh, wir öffnen Operationen auch im Kryptowährungen. So, es gibt, äh, im Online-Fandel gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wo kann man Geld zu gewinnen. Also, es geht nicht nur um, äh, Bitcoin oder, wie kann man sagen, Aktien. Weil es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wo kann man, äh, Geld zu gewinnen. Wo kann man Geld zu gewinnen? Wo hast du Deutsch gelernt, mein Bruder? Lieber, wo kann man Geld zu gewinnen? Verstehen Sie mich? Ich habe Ihnen gesagt, Online-Handel gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, das ist gut. Und dann hat man Geld zu gewinnen und... Ich habe gefragt, wo du Deutsch gelernt hast. Ist das so eine schwierige Frage? Nein, das ist nicht eine schwierige Frage, so... Ja, dann antworte. Meine Mutter... So, ich komme aus Toronto, aber meine Mutter hat in... Scharmuta? ...in Deutschland geboren. Meine Mutter hat in Deutschland geboren. Was hat sie denn geboren? Ein Einhorn oder ein Kalb? Meine Mutter! Was redest du über meine Mutter, Blöd? Nochmal bitte? Hä? So, lieber... Lassen Sie mich kurz etwas zu erklären über Online-Handel. Ja, das hält man hier nicht aus. Sag mir, wo finden die diese ganzen Idioten wie dich und die anderen? Wo kommt ihr alle her? Irgendwo vom Friedhof und wiederbelebt? So, Friedhof der Kuscheltiere, oder wie macht ihr das? Lieber Herr, also es geht über eine Anmeldung, die ich gemacht habe, weil ich sehe in meinem System momentan eine Anmeldung, die ich gemacht habe. Eine Registrierung in unserer Plattform. Und ich habe mich doch nicht in Ihrem Haus angemeldet, oder was? Sie haben eine Anmeldung gemacht, beim Online-Handel, so das bedeutet, Sie haben schon Interesse gezeigt, deswegen rufe ich Sie an. Verstehen Sie mich? Sind Sie da? Ja, ich bin hier. Können Sie mich hören? Ja, kann ich hören. Was ist los mit dir? Bist du ein bisschen langsam im Kopf, oder? Nein, lieber Herr, kurz einen Moment, weil... Lassen Sie mich kurz erklären, wie bei uns es läuft, oder was das genau ist. Gibt es jemanden bei dir, der richtig Deutsch sprechen kann? Ja, okay. Kann ich mit unserem Finanzberater verbinden? Er wird Ihnen besser erklären. Ja, bitte, bitte, bitte! Okay, warten Sie kurz bitte auf die Leitung. Kurz einen Moment. Auf der Leitung? Ich setze mich aufs Telefon drauf. Ja, genau. Okay, jetzt kommt mein Kollege. Ja, hallo, schon, guten Tag. David Simon, ein paar, schon zu erreichen. Wer ist da? Mein Name ist David Simon. Ich habe schon... Haben Sie das schon mit meiner Kollegin gesprochen? Ja, mit der Kollegin. Mit der Kollegin habe ich gesprochen. Genau, gerade haben Sie das schon gesprochen. Und wir melden mich an von Firma Goldbar Invest. Wir melden mich an. Der Kollege hat gesagt, du kannst Deutsch und du nennst dich Simon. Du bist noch schlimmer als der andere. Hallo, hallo, hallo. Gib mir mal deinen Chef. Kann der Deutsch reden? Du bist auch schlimmer. Hallo, du bist auch Ausländer. Hören Sie mal dazu. Machen Sie das nicht wie Deutsche. Verstehen Sie? Was mache ich nicht mit Deutschen? Machen Sie mich nicht wie Deutsch, Mann. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ich verstehe auch, dass ich mich... Ich bin nach wie zu, Kabinett. Ich bin genau eine Sprache. Hören Sie das zu. Gib mir den anderen wieder. Lassen Sie mich das erklären. Machen Sie das nicht, so wie Sie das meinen. Also, lassen Sie mal, dass Sie trinken. So, ich melde mich an von Firma Goldbar Invest. Es geht über Online-Trading und bei uns startet eine Anmeldung, was Sie gemacht haben. Also, würde ich Ihnen weiterhelfen, damit wir das Konto aktiv stellen können? Das ist schon ganz einfach. Bitte. Also, meine Frage ist. Über was haben Sie da schon mehr Erfahrung oder mehr Interesse? Beispiel Kryptowögen, Aktienrollstoffen, oder? League of Legends. Haben Sie? Ja, bei League of Legends. Ich bin Support in Gold. Weißt du? Okay, super. Okay. Also, wir werden da schon ein Konto aktiv stellen, damit Sie also im Gold weiter machen können. Du willst ein Konto stehlen? Digga, das kannst du nicht machen. Wem willst du das stehlen? Das ist jetzt ein Konto. Kurzer Moment. Kurzer Moment. Wir werden da aktiv machen, damit Sie das Konto aktivieren. Das meine ich. Also. Und dann hier können Sie mit dem Gold weiterreden können. Das ist schon mein Ziel, für was ich Sie angerufen habe. Ich glaube, ich muss mal im Zoo in Berlin anrufen, ob die irgends einen Chimpansen vermissen oder so. Haben Sie mich das gehört? Also, was haben Sie für eine Kreditkarte? Haben Sie mich das gehört? American Express. Haben Sie mich gehört? Ja, habe ich gehört. Ja, genau. Was für eine Kreditkarte haben Sie? American Express. American Express. Okay. Ist das schon Master oder Visa? Die American Express. Bist du dumm? Ich habe gesagt, das ist American Express. Du fragst mich, ob das Visa oder Mastercard ist. Bist du Schlampe oder was? Bist du... Du Schlampepehner. Du scheiß Betrüger. Du holst so einen Mann. Du holst nicht mehr an. Du musst du nicht mehr an, du Schlampe. Du scheiß Telefonbetrüger. Geh die richtige Arbeit suchen, du Idiot. Du bist... Überrufen Sie das nicht mehr an, du Idiot. Bist du zu dumm zum Arbeiten bist du? Bist du zu dumm zum Toilette putzen? Du bist Benner. Du bist Benner. Bevor drei Tage, Sie haben... ...fels gehabt. Ja, wir verarschen dich immer wieder. Du bist live bei YouTube. Du bist Schlampe, Hohensohn. Du bist live bei YouTube, du Idiot. Also, bevor drei Tage, haben Sie das schon... ...haben Sie das schon gefeiert? Ich weiß ja schon, habe ich ein Video gesehen, damit Sie am Hals bekommen haben. Verstehen Sie? Das was? Also, gehen Sie mal an deine Mutter. Ey, diese Typen, sind wirklich einer dümmer als der andere. Unglaublich. So wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, mal Platz zu haben. Herr Philipp, nur überkammer Platz. Und der Firma Handeleffekt. Ja. Ich habe geschaut, dass Sie früher Interesse gezeigt haben am Online-Handel. Und ich wollte Ihnen gerne eine Information über unsere Firma mitteilen. Ja, können wir morgen Abend machen? Ich muss zur Nachtschicht. Nachtschicht. Und morgen Vormittag, am Mittag, passt das? Nein, morgen Vormittag schlafe ich, wenn ich heute Nachtschicht habe. Morgen Abend ist gut. Welche Uhrzeit meinen Sie? 18 Uhr. Passt das um 17 Uhr? Nein, da bin ich noch bei der Arbeit. So, morgen arbeiten Sie... Welches Schicht arbeiten Sie morgen? Das ist ein Geheimnis, das darf ich nicht verraten. Okay, dann ich versuche auch früher bei Ihnen zu melden. Nein. Wenn ich fragen darf, haben Sie mal Online-Handel gemacht? Nein. Nie? Nein. Und hatten Sie Interesse, Online-Handel zu machen? Ja. Sonst hätte ich mich nicht angemeldet. Okay. Und in welchem Bereich haben Sie Interesse? Geld. Also über die Börse meine ich. Geld. Geld. Äh, und? Etwas anderes? Geld. Nur Geld, meinen Sie? Ja, ich will Geld verdienen. Okay, und was arbeiten Sie hier? Oh, ich bin Uhrmacher. Uhrmacher? Ja. Und arbeiten Sie drei Schichten? Ich arbeite drei Schichten, die Welt kann nie genug Uhren haben. Was für Uhr machen Sie? Ich mache also, wir haben eine Uhren-Zone-Fabrik, kennen Sie? Hm, das ist wunderbar. Und bestimmt, Sie sind der Boss, oder? Nein, ich bin Schichtleiter. Schichtleiter? Ja. Und wie viele Arbeiter haben Sie? 26 und drei Auszubilden. Hm, und seit wann arbeiten Sie dort? Ah, es werden diese Jahre 25 Jahre. Und wie sind die Leute dort? Die sind sehr Uhrig. Richtig? Ja. Aber sie machen auch Lärm dort. Die machen was? Lärm. Nein, das ist eine Uhrenwerkstatt, da gibt es keinen Lärm, da ist nur Stille und Gelassenheit. Nur Stille? Ja. Und was, äh, wie heißt sie der Firma? Uhrenson GmbH. Hm. Und, äh, hat die Stadt auf diesen Namen, äh, gelassen, dass Sie auf das gemacht? Wer hat einen Fahrenden gelassen? Die Name, die Stadt. Nochmal, ich habe die Frage nicht verstanden. Okay, wie haben Sie diesen Namen gefunden? Habe Sie auch Verlaubnis vom Staat, diese Namen zu benutzen? Mein Chef, es ist nicht meine Firma, wie ich schon gesagt habe. Ich bin Schichtleiter. Schichtleiter. Okay, und warum, Herr Mann, selbst scherzen? Kann ich das wissen? Weil du ein dreckiger Betrüger bist, mit deiner ganzen Firma. Äh, warum vermuten Sie, was das auch nicht wahr ist? Ja, natürlich ist das wahr. Wir haben so viele Aufnahmen von euch, wo ihr versucht, Leuten das Geld wegzunehmen. Versucht dich doch nicht rauszureden. Haben Sie auch über Buffin gehört? Ja, ich habe auch über die Buffin gehört. Gib mal deinen Namen von deiner Firma bei Google ein. Da kommen so viele Leute, die sagen Betrug, 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 Betrug. Okay, geben Sie unsere Firma Namen bei Buffin und schauen Sie, was unsere Firma macht. Können Sie das so machen? Sag mir erst mal den Namen von deiner Firma, Webseite, und dann können wir vergleichen, was bei Buffin steht. Ja, IronFX. Nochmal, kannst du buchstabieren, oder haben die dir das nicht beigebracht im Kindergarten? Ja, ja, ähm, nur müssen Sie kurz warten. So, Evi, Ida. Ida. Er wie Richard. Richard. Otto. Otto. Nana. Was, Nana? Ja. Schlecht, not Paul, sagt man. Oder Nina, können Sie auf Nina sagen? Nein, wir gehen nach deutschem Buchstabieralphabet. Aber wo sollt ihr das auch gelernt haben? Friedrich. Friedrich. Sawa. Was? Sawa. IronFX. IronFX. Schauen Sie kurz. Welche Endung? IronFX.com. .com. Ja. Oh, was ist das für schreckliche Musik im Hintergrund? Das ist etwas anderes, das ist etwas Persönliches. Nein. Das ist für die Arbeit hier. Also bei Brocker-Bewertungen habt ihr 1,5 Sterne von 20. Bei Forex Fraud seid ihr auch gelistet. Das ist eine Lüge, Herr. Natürlich. Gebt einen Firmennamen bei Google ein. Ja, ich gebe meinen Namen und ich weiß auch, wer wir sind. Ja, super, mit eurer Lizenz aus Zypern, die jeder Hund, der eine Diskothek oder ein Kiosk hat, sich kaufen kann. Fühlt ihr euch damit toll? Okay, ich habe eine Frage an Ihnen. Bestimmt habt ihr über FC Barcelona gehört, oder? Über was habe ich gehört? Über die Fußballteam, FC Barcelona. Nein, ich mag keinen Fußball. Hm, wirklich, warum denn nicht? Es ist langweilig. Langweilig. So, was wollen Sie, dass es nicht langweilig ist? Naja, ich gucke mir lieber Uhren an. Ich mag Uhren sehr gerne und Ziegen. Hm, wunderbar. Was für Uhren haben Sie? Nein, Uhren, Uhr. Ah, bestimmt haben Sie auf Uhren gesagt. Nein. Aber der Firmenname war so. Nein, Uhrensohn, der Sohn einer Uhr. Ja, aber Sie machen Schätze. Ja, deine Mutter ist eine Swatch. Verstehst du? Warum machen Sie, Herr Schätze? Mit jemandem, mit jemandem, der Sie auf nie gesprochen haben, wissen Sie auch gar nicht, was der Firmmer mag. Warum machen Sie, Schätze? Oh, weil die Menschen wissen müssen, dass ihr da unterwegs seid. Recherchieren Sie über Iron Effects. Tue ich. Wenn Sie betrüger werden, warum haben wir dann die Lizenz von Bafin? Kann ich das wissen? Ihr habt keine Lizenz von Bafin. Zeig mir. Ja, wir haben Lizenz von Bafin. Zeig mir. Schauen Sie. Recherchieren Sie. Zeig mir. Schreiben Sie. Zeig mir. Schreiben Sie es. Was denn? Lizenznummer. Ja, warte, Bafin. So, überall Lizenznummer. Schreiben Sie es. 4, 1. 4, 1. 9, äh, 4, 9. 4, 9. 1. 1. Ja. Schreiben Sie das und wenden Sie unsere Firma. Keine Suchergebnisse. Sie haben nicht mal getippt. Doch, 4, 1, 4, 9, 1. Bin ich bei Seite Bafin.de. Suchergebnis. Keine Treffer. Und ich schreibe Sie auf den Namen IronFX. Warte, ich probiere nochmal. ID. Keine Treffer. Wie kann das sein? Gebe ich dein Unternehmen an IronFX. Keine Treffer. Wie das sein kann, ihr seid Betrüger. Nur ganz kurz anscheinend. Kurz, ich gehe bei Bafin. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe es auch gefunden, Herr. Ja, wo denn? Bei Bafin. Ja, ich bin bei Bafin. Du kannst nach Unternehmen, nach ID und nach Kategorie suchen. Bei Unternehmen gebe ich IronFX ein. Bei ID die Nummer, die du mir gesagt hast. Und da kommen keine Ergebnisse. Schicke mir per E-Mail. Okay, ich sende Ihnen den Link per E-Mail. Passt das? Was? Ich sende den Link per E-Mail. Passt das? Ja, welche E-Mail-Adresse steht bei dir? Ja, alles klar. Ja, alles klar. Immer her damit. Okay, und etwas anderes wollen Sie? Bitte? Etwas anderes wollen Sie, dass ich Ihnen per E-Mail sende? Ah, ein Foto von dir. Okay, etwas anderes? Ah, ein paar Bitcoin. Bitcoin leider kann ich das nicht senden. Ah, ein paar Doggecoin. Wie viel wollen Sie? Zwei Stück. Warum nur zwei Stück? Das kostet wenig. Ja, weil ich bin nicht gierig. Und was wollen Sie mit einem Dollar machen? Ah, sparen. Sparen, einen Dollar. Warum so wenig? Warum sitzt ihr in Bermuda? Ich sehe hier in Bermuda-Inseln, seid ihr registriert. Warum macht ihr sowas? Dass es der Unternehmer, die zu sehen, ist, dass wir dort sitzen. Ja, natürlich. Ist das Notesco Limited? Notesco Limited ist registriert in Bermuda mit Registration-Number, bla bla bla. Ja, und wir haben auch unsere Filiale in London, unsere Dienstfiliale für Kunden. Können Sie auch in London anrufen. Bestimmt haben Sie auch Zeit, ein gutes Gespräch in London zu machen, oder? Ja, ich mag die Menschen aus London. Aber ich werde Sadi Khan Bescheid geben, der wird deine Firma schließen. Kennst du den Bürgermeister von London? Ja, ja, ich kenne das. Können Sie auch kurz die Nummer schreiben? Der kann dich, konnte ich holen. Okay, können Sie auch die Nummer schreiben? Warum ruft mich eigentlich gerade die gleiche Nummer, von der du anrufst, nochmal an? Hm, nein, es kann sein, nicht die gleiche Nummer. Doch. Nein, gleiche Nummer, zweimal, nein, schauen Sie gut in die Nummern. Ja, exakt die gleichen. Nein, das ist nicht wahr. Wie kann es sein, zwei Nummern, gleicher Anruf? Breg, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, das kann nicht wahr sein. Ist so, soll ich dir ein Screenshot schicken? Ja, passt es. Gut. So, hast du schon geschickt? So, ich habe Ihnen früher ein E-Mail gesendet, senden Sie dort eine Antwort und im Kürzen sende ich Ihnen mein Foto und die anderen Daten und erhalten Sie auf dem Weg. Ich kriege jeden Tag 600 E-Mail, ich werde jetzt nicht deine E-Mail suchen. Okay, schreiben Sie, schreiben Sie, schreiben Sie jetzt. Was denn? Ha, und weg ist er. Von wegen Baffin. Mistvögel. Puta, Kuta. Puta, Mare. Parano Italiano. Parano Italiano. Russki. Ihr seid abwärmliche Mixer und nicht fern, ich bin nicht wenige. Ihr würdet nie mehr sein, Alter. Drache. Halt die Fresse und nenn mich nicht so. Du hast nicht ansatzweise recht, mich überhaupt anzusprechen. Rainer Winkler. Ihr seid gar nicht überhaupt in der gleichen Region zu sein wie ich. Ganz gewalt, mein Wunschwunsch. Mensch, halt die Fresse, Alter. Halt ab. Wir kommen jetzt doch nur mit uns hin, Herr. Aber du bist doch unbesiegt. Du hast mal, du Wichser. Ich habe keine Angst. Nichts, was er hier. Du hast keine Umstände. Ich habe überhaupt noch am Telefon. Du brauchst keine Bemalung. Ja. Wo ist die Bemalung? Wo ist die Bemalung? Wo ist die Bemalung? Wo ist die Bemalung? Ich bin bitte eine, Alter. Ist das so gut? Hallo. Hallo. Ich bin das ganz gemütlich. Ich will es auch nicht sein, Alter. Schönen Tag. Hi. Ich bin bitte ein Tester. Oh mein Gott. Entschuldigung, hier ist Unfall. Was ist los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist die? Was ist die? Mein Gott. Hier ist ein Unfall passiert. Die Polizei ist unterwegs. Krankenwagen auch. Was ist los? Wie kann ich helfen? Ich bin bitte ein Tester. Ich bin bitte ein Tester. Ich bin bitte ein Tester. Was machen Sie? Ich kann Ihnen helfen. Ja, hier ist Unfall passiert. Hier ist Unfall. Was machen Sie? Ein Unfall mit Auto. Was machen Sie? Was machen Sie, Ihre Frau? Unfall mit Auto. Wie können Sie das machen mit mir? Reiner! Keine Stunde. Was? Hier ist Unfall mit Auto. Reiner, bist du jetzt in der Musik? Ich stimme das. Hallo? Du bist doch ein dummer. Halt uns, Jana. Ja? Was ist los? Die Bedeutung fast langsam. Was ist los? Hallo? Ja, ich kann Sie hören. Was möchten Sie bitte? Hallo? Ja, was machen Sie doch? Ja, hier ist Autounfall bei der Stadt, bei City drinnen. Ja, was ist los? Ja, was machen Sie doch? Ja, ich kann das nicht erklären. Ja, hier ist Autounfall, junge Frau. Hier ist ein Unfall passiert. Ich kann das machen. Was sagen Sie? Junge Frau? Boah, wer ist ja wichst da, Alter. Hallo? Was macht ihr da? Unfall. Hier ist ein Unfall passiert. Was macht ihr da? Ich kann das so lange nicht erwachsen. Das ist genau die Scheiße. Was machst du da, Junge? Und wenn einer meint, meine Schwester anzugreifen oder meine Familie oder Freunde... Alter, beruhig dich mal. Der ist doch nicht mit Absicht in dein Auto gefahren. Was? Hallo, wer ist da? Hallo, hier ist Polizei, ja? Ja, wir können Sie... Brauchen Sie Hilfe? Ja, können Sie bitte kommen als Schauerberg 8 in 24148 in Skirchen. Hier ist Autounfall gekommen. Schauerberg 8. Was ist passiert? Hier ist Autounfall gegeben. Autounfall? Ja. Gibt es das der Letzte? Ja, ein Mann, der schreit wie ein Autor. Gibt es das der Letzte? Nein, der Mann schreit. Nein, der ist draußen. Der ist draußen, hat einen Schuh und einen Beil geworfen. Und jetzt schreien. Bei der ganzen Stadt schreien. Der kann ja nicht und dich jeder arrogant nennen, wenn du so reagierst. Meine Güte. Können Sie bitte schnell helfen, schicken? Ah. Wollt ihr da helfen? Entschuldigung. Autounfall. Car-Axident. Blöd. Du bleibst in Scheiße. Ich habe nicht meinen Schlagstock oder sonst was. Meine Güte. Der redet ja richtig durch. Weswegen haben Sie denn angerufen? Hallo, junge Frau? Ich bin mal ein bisschen weiter weggegangen. Hallo, hallo. Ja? Ja, was? Wo sind Sie momentan? Das steht da. Park-Marktplatz. Was ist passiert da? Marktplatz. Ist Autounfall. Menschen schreien. Vieles verletzt. Aha. Ja, warum mal nicht schreien dann? Autounfall. Das ist... Autounfall, mein Gott. Ich habe Angst. Ein Auto ist bei einem Haus gefahren. Verstehst du? Ach so, ja, ja, ja. Ja. Ich habe verstanden. Das Haus, das ist... Das ist ja auch nur ein Handel, Herr Peter. Das ist nur mein Handel. Nein, nein, der ist bei Pizzeria. Der ist in eine Pizzeria reingefahren. Rot das Herz von Gino. Das Auto ist da reingefahren. Pizza-Bäcker schreien. Verstehst du? Oh, mein Gott. Alles klar. Alles... Richtig hardcore, Blatt. Ich bin hier eigentlich nur auf Bus warten und jetzt hier riesen Unfall und alles. Verstehst du? Das große passiert. Ja, jetzt ist Frage etwas anderes. Ja. Okay, alles klar. Dann schönen Tag noch. Ja, okay. Entschuldigung. Was denn? Warum ist so alles gut? Ich bin ja nicht verletzt. Was möchtest du denn? Wolltest du Termin machen? Nein. Taktische Gewinnkontor. Ja, guten Morgen. Hier ist der Schulinder. Herr Grof, anwägen ein Pop-up mit Gewinn-Message bei Internet. Ja, haben Sie... Wie lautet denn... Wie heißen Sie mit Familiennamen? Ich brauche einmal den Familiennamen, damit ich schauen kann, was Sie gewonnen haben. Ja. Dann können Sie buchstabieren, aber ich glaube, das ist besser. Also B, A. 300 Euro. Bustabieren. Nein, da können Sie Ihren Familiennamen einmal buchstabieren. Von Familie oder vom Restaurant? Familienname. Ja. Ihren Namen. Mein Name, ja. 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 Ist das aber Familienname? Nein, nein, nein. Das ist mein Name. Nicht von meiner Familie. Nein, nein, nein. Äh, Nachname meine ich. Ist das Nachname? Nein, 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 nein. Das ist mein erster Name. First Name, ja? Erster Name, Moment. Moment, dann trage ich das an, Moment. Und wie ist Ihre Nachname? A ban kira ni roka. Das müssen Sie buchstabieren, bitte. Also B. Ja, ähm, und dann Adler. Ja. Ähm, ähm, äh, Eule. Ja. Dann die, ähm, ähm, äh, Drossel, wie die Vogel. Drossel. Ja. Dann eine Kamel. Ja. Ziege. Ja. Ähm, ähm, Leoparden. Leoparden. Ja. Okay. Dann die, äh, Otter, Otter, wie die, 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 die Beutel. Ja. Dann der, ähm, der, ähm, der, ähm, Pinguin. Ja. Dann India, wie Indien, okay, India. Ja, ja. Und dann der, äh, noch einmal die Kamel. Ja. Ähm, noch ein Otter. Ja. Dann den, äh, äh, Raubvogel. Raubvogel. Ja. Ja. Äh, noch einmal ein Kamel. Ja. Ein Adler. Ja. Und eine Nacktschnecke. Okay. Okay. Indischer Name, ja? Ach so, okay, schön. So. Also, Sie sind hier bei uns bei der, äh, 25 Jahre Sofortrennen. Ich bin von, äh, von Restaurant Bombay und ich bin die neue Suissef, okay? Ach so, schön, okay. Sie auch neu bei Firma? Nee, ich bin nicht neu. Ich bin schon sehr lange hier. Ah, okay. Dann bitte nicht, äh, nicht Ärger machen, wenn ich nicht alle schon wissen, ja? Ich bin neu bei Firma. Nein, nein, alles gut, alles gut. Okay. Okay, ähm, Sie sind, also Sie sind, äh, hier bei uns bei der Verlosung dabei. Das ist kostenlos. Das ist, da geht es um die Rente. Und, äh, da kriegen Sie Bescheid, wenn Sie gewinnen. Und Sie haben die Reise gewonnen im Wert von 398 Euro für zwei Personen. Äh, das geht nach Lübeck, Hamburg, das alte Land für zwei Personen. Libyen? Sie können noch jemanden mitnehmen. Nein, Lübeck. Das ist Deutschland alles. Ja, 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 ja. In Deutschland, genau. Und das bekommen Sie, Sie bekommen den Reisegutschein, ja? Und alle weiteren Reise der Zeit zugeschickt. Unser Restaurant bei Hamburg, ja? Also in Hamburg, also das sind Städte Hamburg, Lübeck und das alte Land, ja? Ja, ja, meine Restaurant bei Hamburg. So geht die Reise hin. Meine Restaurant bei Hamburg. In Hamburg? Ja. Weil wegen Adress, ja, müssen wir richtig Adress haben, weil wir, äh. Das machen wir jetzt, genau. Das machen wir. Wie ist die Postzeitzeit? Wir Nacktschub brauchen, ich habe eine Liste aufschreiben, von meinem Manager bekommen. Okay. Ja, wo sollen die, also, sagen Sie mir die Adresse, wo die, äh, Unterlagen hin sollen. Wie lautet die Postleitzahl? Ja, das ist kein Problem. Das ist, äh, 2, 5. Ja. 997. Und der Ort? Hamburg, ne? Ja. Straße, bitte. Das ist in der Horner Landstraße. Moment. Ja. Das ist aber entstattet. Das ist ja bei, äh, 305. Moment. 305. Ja. Moment. Guck mal, was sie anzeigt. In der, Moment mal. Ich sag grad nicht an. Können Sie mir die Straße nochmal sagen, bitte? Da ist irgendein Fehler dran. Also Horn wie Horn von die Ziegebock? Ja, ja. Ziegebock. Und dann Landstraße? Ja. 195. 195. Das muss jetzt gehen. Noch einmal? Das hört irgendwie nicht an. Ich verstehe das nicht. Moment mal. Also Horn Landstraße? Ein Horner, Horn wie die Horn und ein Eber und ein Rotkirchen dahinter. Alles mit Tieren immer sagen, ja? Mhm. Zeig zwar nicht an, aber ich vermerke das so dann. Also Horner Landstraße? Ja. 1, 9, 5. Wir Restaurant aufmachen vor drei Wochen, ja? Ah, okay. Deswegen zeig das nicht an. Okay. Weil das neu ist. Kann ich jetzt bei Sie die Order geben, ja? Ja, alles gut. Ich schüttere da hin. Also ich weiß nicht, ob wir eine Kundennummer bei Sie haben, aber mit Adresse Sie bestimmt können Sie finden, ja? Ja, doch. Das ist okay. Das wird ankommen. Also wir brauchen, wenn haben Sie zu schreiben, ja? Äh, ja. Wirst du schreiben? Nochmal? Wir brauchen fünf Stück, also, ähm, das, ähm, wie sagen wir mal bei Deutschland, äh, Kiste, Kisten, ja? Fünf, fünf Kisten. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, fünf, stopp, stopp, fünf Kiste Eisbergsalat. Wir brauchen. Fünf Kiste Eisbergsalat? Ja, dann wir... Achso, äh, aber ich bin nur für die Gewinne zuständig. Das können Sie nicht bei mir bestellen. Ja, und dann wir brauchen drei Kiste, äh, Sherry Tomat. Okay. Äh, äh, ja, ja, aber das, ähm, das kann ich nicht zuschicken. Ich kann, ich muss, also, äh, ich bin nicht dafür zuständig. Oh, kann ich... Ich schicke Ihnen nur die Reise, also, das ist, also, ich kann das nicht machen. Also, Sie versandt machen? Firma Böscher. Na, ich schicke die Reiseunterlagen zu, okay? Okay, kann ich dann mit, äh, kann ich mit Kollegen von, äh, Sales Department reden, ja? Das ist nicht, das ist eine andere Nummer. Ich weiß die Nummer nicht von denen, das weiß ich nicht. Ich bin von Firma Böscher. Ich brauche einmal Ihr Geburtsdatum, bitte. Wir bei, äh, Eröffnung machen, bei 23 Januar 22. Ihr Geburtsdatum meine ich, Ihr Geburtsdatum. Nein, 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 Restaurante. Meine Geburtsdatum geht ja egal für Restaurante. Wir nur Essen brauchen, ja? Ach so, nein, ähm, wenn ich jetzt den Gutschein zuschicken möchte, dann, äh, weil das ist Ihr Gewinn, dann muss ich den, das, äh, Geburtsdatum aufnehmen von Ihnen. Dann brauchen wir das. Weil ich den Gutschein zuschicke. Nicht den Gutschein. Den Reisegutschein, weil Sie gewonnen haben. Bräuer, Reisbergsalat, Reis und Hunken haben. Sonst wird viele Gäste haben. Nein, 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 das meine ich nicht. Es ist nicht von uns, wir wechseln mich. Ich bin von Firma Böscher und Sie haben die Reise gewonnen. Bei Internet Großhandelbestellung machen und ein Fenster kommen, bei Internet, ein Fenster kommen, sagen 300 Euro Gewinn machen, einen Discount geben, okay? Ja, aber diese 300 Euro ist die Reise gemeint. Das ist die Reise, deswegen. Soll ich den, äh, Gutschein, Reisegutschein zuschicken? Zur Restaurante, ja. Okay, du schickst das zu, ja? Aber wir, 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 wir brauchen bis morgen, ja? Nein, Sie verwechseln mich. Ich bin nicht für den, ähm, das ist eine Reise, was Sie gewonnen haben. Ja? Ein Gutschein, ja? Ja, ja, das ist sehr gut. Und wenn Sie reisen nach Lübeck oder nach Altesland, dann können Sie das einlösen. Lübeck. Wollen Sie den Gutschein nicht? Nee, 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 Restaurant bei Hamburg, Hamburg-Dinnen. Sie möchten Sie für drei Personen haben oder für zwei? Oder wir auch Candlelight-Dinner machen, ja? Indische Candlelight-Dinner. Alles gut, ich trage das ein. Äh, dann schicke ich Ihnen die Unterlagen zu, ja? In den Rechnung? Aber wir müssen erst der Bestellung fertig machen. Das, das, das mache ich nicht. Das ist nicht, äh, das mache ich, das ist nicht meine Aufgabe. Soll ich bei, bei E-Mail schreiben? Äh, haben Sie eine E-Mail-Adresse von denen? Dann schreiben Sie das dorthin. Ja. Ja, bestellung-at-parkplatz-bums-club-hamburg.de Ja, schreiben Sie das, genau, schreiben Sie denen, die sind dafür zuständig, ja? Und wie ist, wie ist die Gutscheinnummer für Bestellung, bitte? Das weiß ich nicht, ich sehe das nicht. Ich bin nicht dafür zuständig. Ach so. Neu bei Firma? Ich bin nicht neu, aber ich bin von Firma Böscher, das ist was anderes. Okay. Ja? Schade.